Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Ja, es gibt ja diesen neuen Spielmodus, diese Sommerparty. Und da gibt es einen mega geilen Tanz-Emote, gleich bei der ersten Herausforderung zu gewinnen. Dazu müsst ihr auf unterschiedlichen Beach-Partys tanzen. Und wir schauen doch jetzt einfach mal ganz kurz, ob wir das in diesem einen Durchgang packen können. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, jetzt schauen wir mal. Oh, das ist ja eigentlich ganz gut, aber wir müssen hier unten hin. Und da werde ich jetzt auch als mein erstes hinfliegen, um dort ein Tänzchen zu machen. So. So, da unten ist die erste Location. Da tanzen wir gleich mal. Ok, gerade die sind ganz schrecklich. So, jetzt tanzen wir bei dem zweiten Ding. Das wird jetzt hier sein. Aber hier werde ich noch tanzen können. Ja, das ist hier unten bei Neo Tilted. Noch schnell. Jetzt hier. Und... Ok, drei Tänzer haben wir gemacht. So, dann springen wir gleich mal hier ab. Wir müssen nämlich da hinten nach Lazy Lagoon. Das ist bisher alles ziemlich zentral hier. Lazy Lagoon, Loot Lake und das sind jetzt die nächsten drei Dinge. Inzwischen weiß ich ja jetzt auch schon, wo der Herr sofort seine Tanztasten abgelegt hat. Wie gesagt, ich mache das hier mit einer komplett anderen Tastenbelegung, als ich das normal gewohnt bin. Aber... Sollen wir uns erstmal hier in diese Location. Das ist nämlich hier hinten. So... Und dann tanzen wir jetzt erstmal. Aber bevor wir hier tanzen... Ohne ich mir jetzt auf jeden Fall als aller erstes mal... Hier den Stuff. Und dann Z und tanzen. Ok, echt das Schlimme ist... Dass er mir jetzt auch noch diesen komischen... Ich müsste echt den anderen... Den anderen Emote nehmen. Automatisches Aufsammeln hat er auch nicht drin. Eieieiei, automatisches Laufen hat er nicht drin. So, hier unten muss auch noch getanzt werden. Und jetzt auch eine Tanzlocation. Das ist da hinten. Ist da hinten. Ich habe jetzt einfach mal was ganz anderes gemacht, damit ich nicht jedes mal denselben ... okay, das hat mir jetzt natürlich nicht großartig weitergeholfen. Jetzt heißt es, noch irgendwie nach Loot Lake kommen, nach Möglichkeit. So, jetzt in diesem letzten Durchgang holen wir uns noch den hier bei Loot Lake. Und dann muss da irgendwo hier sein. Schauen wir mal, wie sollte das passen. Dann haben wir alle Loot Lake. Aufpassen. Hey. Unverschämtheit, Schlingel hier. Gibt es ja wohl gar nicht. Kann nicht wahr sein. Dürfte mich einfach hier mit Wasser bomben. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da direkt landen. Kurz unser Tänzchen machen, dann sind wir auch durch. Dann hat der Herr sofort den neuen Emote. So. Wo ist das Ding? Jetzt mal gucken hier. Ich brauche den Fortschämtheit. Hier wird es ein Fortschämtheit, Schlecht ist ein Fortschämtheit. Wir haben es einen Fortschämtheit. Wir haben es ein Fortschämtheit. Nö, der Fortschämtheit. Wo ist das Fortschämtheit? bis zum nächsten Mal! Ich hab das noch nicht mehr gesehen. zu sehen auf der map ich würde jetzt noch mal folgendes machen und da ist er auch schon mega geil jetzt haben wir den uns geholt hammer ja wenn es euch gefallen hat lasst man daumen nach oben da schreibt was in den kommentaren und ich den kanal und scheißiges mal wenn es wieder heißt fortnight mit mir nehmen gleich haut rein macht's gut bis dann und tschüss